Einen schönen guten Tag, mein Name ist Leuton Hächel, genannt auch Leo, der Gefühlsfotograf, Coach und Trainer zu deiner Lebensfreude. Als Fotograf halten wir die Bilder blitzschnell fest im Bild und als ein Coach verankern wir diese in deinem Leben. So war es hier auch gewesen vor ein paar Tagen hier am Teich, hatten wir ein schönes Fotoshooting, ein richtig schönes Wellnessfotoshooting. Und da haben sich die Bilder entwickelt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie man so schön sagt, die Bilder entwickeln sich, Step by Step. Und wie das jetzt aussieht, auch so als Postkarte und wie sich die aufbauen, das siehst du jetzt hier in dem Video. Also bleibt dran. Vielen Dank. Vielen Dank.